Ihr könnt ja gerne mal ausprobieren und ich denke, ich werde mal dazu ein Video machen, so ein Rundum-Service für wirklich gut abgesicherte Server und werde da auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel von der Diskussion hier mitnehmen. Da können wir ja auch eine Kooperationsserie draus machen. Moin Moin und herzlich willkommen zu Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Es geht heute darum, wie ihr euren Server absichern könnt und meine Aufgabe ist dieses Mal, euch Paketverwaltung und automatische Updates näher zu bringen. Ja, ein bisschen zu diesem Video, dieses Vor-Intro, was ihr gesehen habt und euch vielleicht so ein bisschen irritiert hat. Das Video, was ich jetzt mache, ist eben Teil eines Gemeinschaftsprojektes mit Jean und Micha. Die haben beide schon Videos gemacht, meins ist jetzt das dritte und die haben euch eben auch gezeigt, wie ihr euren SSH-Server absichert und wie ihr Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten könnt. Wir werden weitere Videos machen, die alle in diesem Themenbereich mit drin sind, wie ihr eure Server absichern könnt. Es gibt eine Playlist dazu, wo nachher alle Videos drinstehen und immer noch neue dazukommen. Ja, guckt einfach dann mal vorbei und viel Spaß beim Anschauen. Jetzt geht es aber quasi los, nachdem ich nochmal kurz meine Selbstbeweihräucherungsseite gezeigt habe. Ich mache eben Entwicklung für das Software-Verteilungssystem M23. Ich organisiere die Kilo Open Source und Linux Tage und bin Dienstleister zu ja letztendlich M23 Linux und freier Software, so ziemlich das ganze Zeugs, was da so anfällt. Dann haben Jean und ich noch eine wöchentliche Live-Sendung, die meistens Dienstag ist. Und ja, da ihr das Ganze hier ja schon seht, kennt ihr meinen Kanal Nicht der Weisheit letzter Schluss. Entweder hier auf DevTube oder hier auf YouTube, je nachdem, wo ihr euch das Ganze anguckt. Dann zum Thema. Ich habe verschiedene Debian und Ubuntu und Raspberry Pi Server, die ich täglich aktualisiere, damit die Software halt aktuell bleibt und dort möglichst wenig Sicherheitslücken drin sind. Ja, damit sind wir ja auch schon quasi beim Thema. Warum sollte ich eigentlich aktualisieren? Ganz einfach, ich sollte meine Systeme aktuell halten, damit Sicherheitslücken hoffentlich geschlossen werden, bevor sie überhaupt jemand ausnutzen kann. Mit dem Aktualisieren werden auch Fehler in Anwendungen geschlossen, die vielleicht irgendwie lästig sind und damit es halt flüssiger läuft. Und beim letzten Punkt kommt es eben darauf an, welche Distribution ihr einsetzt. Wenn ihr eine Distribution habt, so eine Rolling Release Distribution, dann könnt ihr durch die Aktualisierung auch neue Funktionen hinzugewinnen. Also eure Textverarbeitung kann dann die dollsten Dinge nach einer Aktualisierung. Warum sollte ich das Aktualisieren jetzt automatisieren? Ganz einfach, es ist weniger Arbeit. Ich kann es auch nicht vergessen und es wird eben zeitnah ausgeführt. Also für alle, die faul sind, so wie ich, einfach automatisieren lassen und damit sind wir alle fein dabei raus. Dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Je nachdem, wo wir uns befinden, gibt es verschiedene Systeme. Unter Debian gibt es zum Beispiel das Con-RT. Das habe ich mal so in Fettdruck gemacht, weil ich das verwenden werde. Dann gibt es Unattended Upgrades. Und je nachdem, wenn ihr jetzt einen Desktop verwendet, ist jetzt zwar nicht Thema hierbei, aber wenn ihr einen Desktop verwendet, habt ihr vielleicht verschiedene Hilfsprogramme, wo dann unten in der Statuszeile so ein Dings aufpoppt und sagt, übrigens, aktualisieren wir mal wieder eine gute Idee. Wir hätten da mal was. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Quasi noch mal ein kleiner Schritt zurück. Wenn ich das System jetzt per Hand aktualisieren möchte, dann läuft das unter Debian und Ubuntu quasi überall so ab. Unter Raspberry Pi OS, was ja auch letztendlich ein Debian-Derivat ist, ist es genauso. Über apt-get-update hole ich mir von den Debian-Servern, von den Ubuntu-Servern oder von den Raspberry Pi OS-Servern, die Liste mit verfügbaren neuen Paketen herunter auf mein eigenes System. Und danach kann ich dann sagen, apt-get-upgrade, dann macht meine Paketverwaltung so einen Abgleich, guckt, welche Pakete schon installiert sind, wo es neue Paketversionen gibt und lädt dann die neuen Pakete herunter und installiert die. Bei dieser Variante werden allerdings bloß Pakete aktualisiert, die sich bereits auf dem System befinden. Es werden keine neuen Pakete hinzugefügt. Mit dem apt-get-dist-upgrade aktualisiert ihr Pakete, die schon installiert sind. Und wenn diese Pakete in der neuen Versionsnummer, aber weitere Pakete brauchen, die noch nicht auf dem System installiert sind, dann darf dist-upgrade die mit dazu installieren. Das normale apt-get-upgrade, das darf es nicht. Also das dist-upgrade ist quasi die gründlichere Variante, die dafür sorgt, dass wirklich alles aktualisiert wird. Und das upgrade, das aktualisiert eben bloß das, was sich aktualisieren lässt, ohne dass zusätzliche Pakete installiert werden. Gucken wir uns das Ganze einmal an. Ich habe hier ein Debian 11 installiert in einer virtuellen Maschine und ich spiele das einmal per Hand durch. Ich mache ein apt-get-update. Ihr könnt auch apt-update verwenden. Kommt letztendlich aufs selbe hinaus. Das apt-update hat eine bisschen andere Ausgabe und es ist so ein bisschen bunter, aber letztendlich macht es genau dasselbe. Jetzt im Moment fragt apt, mein Paketverwaltungssystem, bei den verschiedenen Debian-Servern, also bei Security, Debian.org nach, bei dem Debian.org in den verschiedenen, ja letztendlich Zweigen nach, also Debian Security, dem normalen Debian und in verschiedenen Bereichen, in dem Main und BoltzEye, BoltzEye ist Debian 11 als Codewort, fragt dann eben nach Paketen nach und bekommt dann eine aktualisierte Liste mit den Paketen. Ja, wie man hier sehen kann, gibt es jetzt für 26 Pakete Aktualisierungen. Die kann ich jetzt eben mit dem apt-get-upgrade einfach installieren. Ja, und dann kriege ich hier eben nochmal eine Nachfrage, ob ich das wirklich machen möchte. Und das umfasst jetzt eben hier diese Pakete und hier oben steht zurückgehalten. Dort werden jetzt Pakete zurückgehalten. Die kann ich installieren mit dem Dist-Upgrade. Gucke ich mal. So, wenn ich das jetzt mache, das wird neu installiert. Durch dieses Paket wird immer der neueste AMD64-Körnel mit installiert. Und weil er eben dazu kommt, brauchen wir das Dist-Upgrade, denn die neue Version ist eben diese hier. So, wenn ich das jetzt einmal mache, dann werden die Pakete heruntergeladen und hinterher installiert und eingerichtet. So, das dauert ein bisschen, bis das alles heruntergeladen ist. Je nachdem, wie schnell euer Internet ist und, ja, ob ihr eine SSD habt, die ist relativ schnell oder eine Festplatte, da dauert es halt ein bisschen länger. So, und jetzt werden die einzelnen Pakete entpackt. Also die Dateien werden ins Dateisystem an die richtigen Stellen entpackt. So. So, das war es auch mit dem Aktualisieren per Hand. Und ihr habt jetzt in diesem Fall einen neuen Körnel bekommen. Das ist jetzt hier der 15.0 in der Patch-Version 9. Und damit der wirklich verwendet wird, müsst ihr noch einen Neustart machen, also einen Reboot. Und bei vielen anderen Komponenten braucht ihr eben kein System Neustart. Da werden halt einzelne Komponenten neu gestartet, wie vielleicht so ein Webserver oder eine Datenbank. Und dann, ja, sind diese vielleicht Sicherheitskorrekturen, die da drin sind, auch sofort im System angewendet. Wir wollen das Ganze aber natürlich auch automatisieren. Dafür brauchen wir einmal in meinem Setup hier die Dodger Tools. Das ist so eine Skript- und Paketsammlung mit Dingen, die ich über die Jahre mal, ja, gesammelt habe. Skripte, die ich geschrieben habe. Und wo ich meinte, dass sie für andere auch praktisch sein könnten. Heute verwenden wir das DT-Kron-APT-Paket. Das richtet uns diese automatische Aktualisierung ein. Und da brauchen wir uns um die ganzen Details nicht wirklich zu kümmern. In den Dodger Tools sind auch noch verschiedene andere Sachen drin, wie intelligentes Editieren von Dateien, Monitoring, Backups erstellen und so weiter und so fort. Das ist das Erste, was wir brauchen. Dann brauchen wir auch noch einen Mail-Server. Denn den Mail-Server brauchen wir, damit Status-Mails über unsere täglichen Aktualisierungen auch irgendwo landen. Man kann entweder einen Mail-Server direkt auf dem System installieren. Das kann man machen, wie ich hier in diesem Tux-Tage-Videos von 2020 einmal vorgestellt habe. Oder wir können auch einen vorhandenen externen SMTP-Server verwenden. Das kann ein Server bei irgendeinem Mail-Anbieter sein. Und da brauchen wir dieses kleine Programm MSMTP. Wie man das einrichtet, findet ihr in diesem Video. Jetzt wollen wir das Ganze auch noch einrichten. Ich mache mir das Ganze immer so ein bisschen einfacher. Ich habe neben meinen Dodger Tools noch so eine Funktionsbibliothek mit kleinen Skripten drin, die mir Dinge einrichten können. Und da habe ich einen Teil von veröffentlicht. Und den laden wir uns gleich einmal runter und verwenden den. Danach installieren wir die Dodger Tools über diesen einfachen Befehl CI, was immer Common Install bedeutet. Und dann installieren wir die Dodger Tools über diesen kleinen Befehl. Dann setzen wir auch noch die Admin-E-Mail-Adresse. Das ist eben die Adresse, an die meine E-Mails geschickt werden sollen mit den Statusinformationen. Und die 4 am Ende bedeutet, jeden Tag um 4 Uhr morgens diese Aktualisierung auf dem System durchführen. Und im Anschluss installieren wir eben DT-Kron apt und damit sind wir auch schon durch. Ich bin jetzt wiederum auf meiner virtuellen Maschine mit dem Debian 11. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon root, also brauche ich diesen ersten Teil mit su- nicht mehr zu machen. Damit würde ich root-Rechte bekommen, aber die habe ich ja schon. Jetzt lade ich mir als nächstes meine Script-Bibliothek herunter mit WGET und speichere sie unter TMP Common Install Inc. ab. Damit ich die Funktionen, die da drin sind, auch nutzen kann. Wir gucken einmal kurz rein. Dort stehen einmal verschiedene Funktionen drin, wie die CI, Inst, Dodger Tools. Damit installieren wir das Ganze. Und da sind verschiedene Dinge noch drin, wie man Let's Encrypt installiert und so weiter und so fort. Oder wie wir auch einen ganzen Mail-Server aufsetzen können. Darum soll es diesmal aber nicht gehen. Wenn euch das interessiert, guckt euch einfach nochmal das Tux-Tage-Video an. Nachdem wir die Datei heruntergeladen haben, müssen wir die auch quasi noch laden, sodass diese Funktionen im System verfügbar sind. Das machen wir über einen einzelnen Punkt und Angabe von der Datei. Ansonsten hätte ich jetzt diese Funktion, mit der ich die Dodger Tools installiere, nicht verfügbar. Und jetzt habe ich sie eben und jetzt führe ich die einfach bloß noch aus. Die bindet die Paketquelle für die Dodger Tools ein und importiert die nötigen GPG-Schlüssel und installiert nachher Pakete, also das Dodger Tools Hauptpaket. Jetzt kann ich hier noch eingeben, welche meine Administrator-E-Mail-Adresse ist. Mein-Domain-So-Irgendwas. Dann als nächstes setze ich hier meine E-Mail-Adresse, über die ich benachrichtigt werden möchte und die Uhrzeit, wann das stattfinden soll. Und als nächstes installiere ich jetzt bloß noch über apt, dt-con-apt. Da werden jetzt die Programme heruntergeladen, die ich wirklich brauche. Dort ist jetzt hier zum Beispiel con-apt mit bei und ein paar andere Dinge eben auch noch. Das wäre es auch schon. Das Ganze ist jetzt richtig eingerichtet. Ihr bekommt jetzt jeden Tag um 4 Uhr morgens eine Benachrichtigung über die durchgelaufene Aktualisierung und könnt dann gucken, ob irgendwas vielleicht geklemmt hat, ob da irgendwas daneben gegangen ist. Aber normalerweise funktioniert das. Ich mache das jetzt schon über mehrere Jahre, keine Ahnung, zwischen, also mehr als 5 sind es, weniger als 10 denke ich mal, auf diversen Debian-Maschinen, Debian-Stable jeweils und Ubuntu und auf dem Raspberry Pi mache ich das jetzt auch schon ziemlich lange. Und bis jetzt hat mich das noch niemals enttäuscht. Das hat immer funktioniert. Also wenn ihr das aktualisieren wollt, das automatisch machen wollt, ist das wirklich eine feine Sache. So, das war es für dieses Mal. Macht es nach oder lasst es auch bleiben, je nachdem, wie ihr das Ganze braucht oder auch nicht. Ist aber wirklich eine praktische Sache, um das Aktualisieren zu automatisieren. Denn, naja, das macht ja keinen Spaß, sowas bei Hand zu machen. Und das ist einfach praktisch, wenn man es automatisiert hat. Guckt auf jeden Fall auch mal bei den anderen Videos vorbei, die es in der Playlist gibt. Ansonsten abonniert, drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß und bis dann. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020